Liebe YouTube-Freunde, was macht ihr Bauer Hause heute Freitagabend? Er geht an die Eröffnungsfeier der Theralog. Er geht an die Eröffnungsfeier der Theralog und die Eröffnungsfeier der Theralog. Er geht an die Eröffnungsfeier der Theralog. Er geht an die Eröffnungsfeier der Theralog und die Eröffnungsfeier der Theralog. Eröffnungsfeier der Theralog und die Eröffnungsfeier der Theralog und die Eröffnungsfeier der Theralog. Und liebe Damen und Herren, geschätzte Behörden-Wittlinge, liebe Braschenkolleginnen, liebe Braschenkollegen. Es ist mir ein außerordentliches Glück und eine große Ehre, euch heute Abend zum Einwählungsfest von Theralog zu begrüssen. Zu der Vision und weiter zum Projekt Abonnieren. Bis dahin. Guten Abend miteinander. Bevor ich anfange, bin ich jetzt hier aber voll rauszerstört. Ich sehe da, es hat noch verschiedene Wände für mich im Netz. Es hat auch ein Fleiß. Die Eröffnungsfeier der Theralog und die Eröffnungsfest von Theralog. Der Bedürfnungsfest von Theralog und die Eröffnungsfest von Theralog. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020